Hallo zu einer weiteren Folge der Kinder News. Der liebe Jumanji hat uns mal gezeigt, wie er arbeitet und wie sein Büro aussieht. Er hat zwei große Lampen rechts und links und darüber eine weitere LED-Leuchte an der Decke. Das Besondere an seinem Büro ist, dass er wirklich alles für relativ wenig Geld sehr schön und gut eingerichtet hat. Außerdem hat er noch diverse Lampen und Objekte für die unterschiedlichen Experimente, die er vor der Kamera dreht. Seine Videos bearbeitet er an einem PC mit zwei Monitoren, wie das die meisten YouTuber auch so machen. Leider ich noch nicht. Dort schneidet er die Filme für Jumanji TV oder für den Kanal Lucky Bear. Mittlerweile hat er auf beiden Kanälen mehr als 100.000 Abonnenten. Seine zwei Play-Buttons hat er an die Wand gehängt. Darauf kann er auch wirklich zu Recht stolz sein. Gratulation nochmal an dich Jumanji. Ich finde Jumanji TV wirklich mega nice, vor allem seine Experimente. Und jetzt habe ich mal eine Frage, was sind denn eure Lieblingsvideos von Jumanji oder auch vielleicht vom Lucky Bear? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und das Video dazu findet ihr auch nochmal auf dem Kanal von Jumanji TV. Bis zum nächsten Mal bei den Kinder News. Tschüss. Tschüss.